Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Kompetenz. Nummer 7. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie kann ich meine kreativen Fähigkeiten für innovative Lösungen einsetzen? Wie kann ich meine kreativen Fähigkeiten für innovative Lösungen einsetzen? Wie kann ich meine kreativen Fähigkeiten für innovative Lösungen einsetzen? Die politische Kompetenz der Bürger ist entscheidend für das Funktionieren der Demokratie. Die politische Kompetenz der Bürger ist entscheidend für das Funktionieren der Demokratie. Kompetenz in der Finanzplanung trägt zur finanziellen Stabilität bei. Kompetenz in der Finanzplanung trägt zur finanziellen Stabilität bei. Die Entwicklung der Lese- und Schreibkompetenz ist ein zentrales Element der Bildung. Die Entwicklung der Lese- und Schreibkompetenz ist ein zentrales Element der Bildung. Ein gesundes Maß an Selbstreflexion fördert die persönliche Entwicklung und Kompetenz. Ein gesundes Maß an Selbstreflexion fördert die persönliche Entwicklung und Kompetenz. Was können wir tun, um die Medienkompetenz junger Menschen zu fördern und zu stärken? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.